Musik 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 Irgendein Charakter hat gesagt, hier ist eine Witch Ja ja Boah Achso Hier ist Muni Hier ist Rohrbombo und alles Ich mach die mal hier offen, ja Der Boomer ist bestimmt direkt hier hinter Ja Lass mal hier weiter Ist ne Leiter, komm mal da Kann man die benutzen, ne die ist nur so zu zierde Lass mal wieder hier lang gehen Wir finden den Weg schon Vielleicht war ja doch, wo wir zuerst hier waren Geradeaus da, da hat halt vielleicht doch irgendwas Was war Von da kam wer, das hat keinen Sinn Ne, ne von hier, wo hier eigentlich Was ist denn hier? Ne, das auch nix Ja, ist bestimmt irgendwo im Wald, müssen wir Weg finden Ah, das ergibt's schon Sinn, ne Wo denn? Von hinten, alles klar, Couch hat den schon fertig gemacht Irgendwie trifft er die immer dann Und die Bitch Und hier rüber ist auch Schwachte, ne Da kommen wir wieder zurück Ahja, hier wird ein Kreis, wirklich Muss ja Ach da vorne sitzt die, ne Boah, die kommen, die kommen, die kommen von hinten Scheiße, die Bäume halten mich fest hier Charger Also da ist ein Pfeil So, der zeigt nach hier Also müssen wir hier irgendwas machen Ja, aber da müssen wir uns ja irgendwas anzeigen Ok, auf den Server, wenn wir Tabletten oder so Ne, wo der Adrenalin Die Endplätze, der bleibt so mächtig gerade Ok Do not enter Ok, gut Da ist... Der sagt uns ja, wir sollen den Schienen folgen Wo? Hey, wir können hier eine Seite entlang Leute Ne, ja Hier unten Ach, nicht What is that denn? Ach, ey Ach, ey Das ist ja mal Aber wiederum, geil Ja Hier ist ein Zombie Oh, Tink! Nein, ey Ich bin hier fast down, ey Ich bin down Ich muss nachladen Der ist hier, hängt hier bei mir Ja, der ist down Und das machst du eigentlich Sicher Und das machst du eigentlich Das ist doch ein Sicher, ey Ich tank auf engstem Raum, ey Du kannst nur vor und zurück, ey Hier rechts Ich muss mich heilen Ich muss mich heilen Hast du da was? Warte, ist mit der anderen Andere Seite Nichts BG hier ist eine riesen Waffe warte Jog ich meinst benutzen und neu dann nehmen? Ja nehm ich halt Coach auch da ist auch so eine riesen Waffe aber ich würd die jetzt nicht nehmen, die hat noch 100% geschloss außer die ich guck mal nimmt einer von euch A3 oder? Ja oder Björn könnt sein, seine Tabletten nehmen oder das tauschen, dann die Adre nehmen und dann die Tabletten wieder nehmen also die fette MG liegen lassen am besten? Guck mal, die hat noch 150 Schuss, scheiße ok, warte, liegt denn da auf dem Boden? Achso, da ist die Gehst du da weiter? Ne, doch wo geht's denn hier lang jetzt? und rechte Seite, hier ist die Tür Ja Ja Ah, krasse Huah Ah, fuck it, ich hab die noch Ich guck nur von hinten Ich sag mal so, normale Zombies auf engste Raum ist okay Darauf komm ich klar Ja 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 Du rutsch hier runter, du rutsch hier runter Okay Ist ja cool gemacht bis jetzt Ja, erhöhen Action hier Ja Und irgendwo mitten drin ist wieder so ein Safe-Room gebaut, ja sicher Wir haben Leute gewohnt This tunnel has collapsed, find a way Hier, 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 hier Jupp Ah, na, okay Jupp Hier, jetz da hat nie agreement, oder was bin dat Ja, Katalonietenn ja Björn ne, tschüss ne ja ne ne ich mein ich komm mir nicht durch ich komm mir nicht durch ich tropf dein Öle hier ja welches Zimmer? bitte welches Zimmer? ja safe room korrekt aber die Tür ist irgendwie nicht am leuchten doch am leuchten hallo lasst mich hier durch ich los nach rein mit euch dort spiel ich den Arsch wir sind ein verdammt gutes Team wow Mann ich würde sagen das ist erstmal fetzgenwert auch fehlt ne ok ok ach der soll mich nicht jucken ich sehe Silhouetten ach jetzt hat er ja alle vertauscht ich bin Alice das soll mich auch nicht jucken wir haben alle die guten Waffen also hier dann andere links rechts wieder ja macht der Rettschule allein hier vor hier ist ein Brunnen hier sagt der steht dir wie son hier runter der Autobahn macht Stand und Flank aber ich will mich einmal jetzt die Kunde umgucken ja ja ich komm auch erstmal wieder ja das wird nix aber bei dir was Björn warte ich hätte noch Medi ja ja lauft alle rein lauft rein ihr verrückt das ist ein Kettenreaktion ja ich hab mir gerade noch Mediode wo ich muss mal eben hier meinen nach geht schon ja von mir ist Komo ja ja kein Schaden ja 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 wow wie geil ist das denn this way wow ist das geil ja gut ja gut ich bin jetzt noch kein Schaden wir sind geradeaus folgt die mir ja 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 ensager jokered ja wo ja das ja ja Euro wie geil ist das nicht gewesen gar nichts mehr Jockel Boah wie geil war das denn Scheiße Kotze 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 das war das heilig nicht nur noch Tabletten hier einer sind die Prozene noch Tabletten oder ja da im Schrank ach da oben hast du hier versucht Experimente, ihr seht jetzt hier was explodiert denn hier ganz weit ich weiß auch nicht was das ist hier ist noch ein Medi hier ist ein Medi hier ist ein Medi ja ich hab noch ich bin noch eigentlich ja ne wir anhalt dich mal du hast da nur deine komische Energie hier liegt das hier hier bei mir irgendwas Großes kommt da gleich durch ja die Tür kriegeln hier aus aber was schießt denn da ja nicht wie so ein Blöder oh wie ist denn ein fetter Boomer ist hier tot oh hier ist ein Tank tot, ne ein Charger boah dahinter geht voll die Luzi ab ja da ist auch Kotze gerade da liegt noch einer auf dem Boden kann man nicht auch aufmachen und ich schmeiß die Kettensäge an? hier ist noch ne Tür warte, hier ist ein Mensch was ist hier denn überhaupt? der ist tot verwunderlich, verwunderlich was ist denn? ja ne hier ist ein Schalter hier ist ein Schalter hier ist ein Schalter ja ich bin vorgekotzt ok das war alles da müssen eigentlich noch welche kommen weil ich bin vorgekotzt das Ding ist ja zugegangen scheiße ich bin jetzt hier verdammter ja Elevator ist out out of order Treppen wir nehmen Kotze boah wir sind ne Tür da hier ist Nickers gar nichts nein hier ist Rohrbombe gewesen die Komponenten ja jocke 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 tot Leute Leute Herr jetzt die 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 Ahem.